Heute wieder ein kleiner Junge, Feuerwerker macht sich auf! Jaaaa! Ey Freunde, was geht auch mal? Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, bald ist es soweit Silvesters. Morgen schreibt mal in die Kommentare, was du euch holst zu Silvester. Und Leontien, bist du bereit? Ja! Leute, heute wird richtig viel Feuerwerkskörper gekauft. Du hast ja schon fast den Merch an meiner Seite an der Wäsche. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der unseren Merch gekauft hat. Leute, hier sind richtige Ehrenmänner. Und Tobi ist übrigens auch dabei. Was geht? Hallo! Ich bin Tobi! Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ihn noch kennt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal über Roller rein, dass wir noch was kriegen für dich. 1000 Euro geben wir jetzt heute aus, ein Feuerwerk für dich, ne? Ey, warte! Wir brauchen noch Süßigkeiten! Jaja, Süßigkeiten holen wir nachher auch noch. Aber erstmal Feuerwerk, let's go Leute! Hey, was ist das denn? Leontien meint gerade, dass es Feuerwerk ist. Alter, dein Ernst? So Leute, wir sind jetzt hier nach Frankfurt am Main. Wir können doch so sein. Genau, hingefahren. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier Knaller finden irgendwo. So Leute, so viel gibt es ja auch nicht mehr. Aber dann würde ich sagen, nehmen wir hier vorne was mit, ne? Leute, schaut mal, ist alles leer so. Boah, ich weiß gar nicht. Wollen wir die auch noch mitnehmen? Ja, okay. Komm, nehmen wir die auch noch mit für dich, die hier. Oh, die kommt mit Betty! Ja, nehmen wir die auch noch mit, ne? Nimm die! Okay, lass die auch noch mit rausnehmen. So, Leontien nehmen wir auch noch mit. Die geht da auch. Ja, komm, hier, nimm die auch noch mit. Hier, die auch noch. So, dann nehmen wir die auch noch, ne? Was willst du noch haben? Und hier ist, glaube ich, nichts, weil es ist nur so... Es sind nur so Rauchdinger. Okay, komm, wir lassen einfach die nehmen und dann gucken wir weiter. Let's go, Leute, wir kaufen die Sachen jetzt hier. Trag die mal alle dahin, deine ganzen Knaller. Und dann tun wir gleich auf jeden Fall erstmal, ja, weitergehen. Kannst du das tragen alles? Eins bis zehn Wettnis fällt was runter. Okay, ich hab's gesagt. Let's go! Das ist gut! Ja, dann nimm das Ding auch noch mit. Zeig mal! Das ist richtig geil! Ja, dann nimm das auch noch mit, ne? Let's go! Okay, nehmen wir das jetzt erstmal alles. So, Leontien, die ersten 30 Euro jetzt hier. Yeah, 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 yeah. So, das ist wirklich teuer heute. Ja, ja, unnormal. Zahlt mal deine Tüte. Boah! Ist das eine Mülltüte? Nee, da sind deine Knallhalle drinne. So, lassen wir jetzt zum nächsten Geschäft gehen, Leontien. Bist du bereit? Ja! So, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Geschäft. Äh, ja, da hatten die jetzt nicht so viel. Habt ihr ja gesehen. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal zu Jawoll. So, Leontien, wir sind jetzt hier beim nächsten Laden. Ich würde sagen, let's go! Ey, wir sind hier 180 Kilometer gefahren, dass wir hierhin kommen. Wir haben jetzt erstmal einen fetten Wagen. Dann holen wir jetzt erstmal einen richtig fett Knaller hier. Let's go, Leute! So, jetzt rein mit dir in den Wagen hier. Und dann geht's los hier. Hoffentlich haben die noch Knaller. Wir kaufen den ganzen Laden leer, ne? So, Leute. Wir gehen da jetzt rein, sehen wir uns gleich drinnen. Wir hoffen natürlich, dass die was haben, ne? Ja, ja. So, Leute, hier ist der Knaller-Prospekt. Die haben richtig viel davon. Aber ich sag euch ehrlich, ich glaube, es kommt noch was da davon. Hier, wenn die die noch haben, kaufen wir alle die haben. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal selber, bevor wir jetzt hier rätseln, ne? Ei, ei, Captain! Ei, Captain! Ei, Tobi! Ja, hallo! Nicht klauen hier! Leute, Tobi ist hier wieder, der nimmt die Laden auseinander. Ja, der klaut die ganze Zeit. Genau. So, Leute. Feuerzeuge sind hier auf jeden Fall am Start. Ja, die sind top. Lass mal hiervon auf jeden Fall mal drei Stück mitnehmen. Babsi holen wir unseren Wagen her. Knaller! Die rein, genau, wir haben auch noch Knaller. Ey, guck mal, hier haben die auch welche. Boah, hier nimm auch mal welche mit hier. Let's go, pack mal richtig einen hier. Ja, okay, das ist nämlich nicht zu viel. Komm, wir brauchen Raketen auf jeden Fall. Ja, pack die mal rein, große. Komm, erstmal rein. Was denn? Kannst du das hier haben? Nee, du bist schon dick genug. Bitte! Nein, komm jetzt. Ey! Boah, Leontin, guck mal. Das letzte Paket Raketen hier. Nimm die noch mit hier. Hier, pack alles ein hier. Nimm hier mit. Ja, komm, alles rein damit. Alles rein da. Nimm alle. Komm hier, alles reinpacken. Weil, Leontin, das sind alles deine Raketen jetzt. Zeig die mal. Oh, Alter, richtig fett, ey. Hier, pack die auch noch mit rein. So, Leute, jetzt haben wir hier alles leer gekauft. Let's go, Leute. Wir können weiter. Ey, Leontin, du hast so viele Raketen dir jetzt geholt. Geisteskrank, ne? Guck dir das an, ey. Junge, Junge. Da kannst du aber richtig fett Silvester feiern. Freust dich? Mhm. So, Leute, dann würde ich sagen, bezahlen wir das jetzt einfach mal. So, Leute, jetzt habe ich hier erstmal über 100 Euro gezahlt. Genau, ne? Richtig krass. Let's go, wir gehen jetzt weiter. Und guck mal, wo wir jetzt sonst noch was kriegen, Leute. Ey, Leontin, wie hast du das eigentlich gemacht, dass du die jetzt trotzdem gekriegt hast? Ich habe ihr doch gesagt, ich bin 23, ich bin kleinwüchsig. Ja, echt, ey. Die hat dir einfach die Knaller verkauft. Hat dir das auch noch geglaubt, ne? Ja. Leute, die Frau hat einfach Leontin die ganzen Raketen verkauft. Let's go, lass mal weiter. So, Leute, wir sind jetzt bei Rewe. Wir holen jetzt richtig viele Knaller, wenn es überhaupt welche gibt. Genau, Leute, let's go. Guck mal, ob die bei Rewe nicht zu haben. Ich hoffe auf jeden Fall. Oh, davon, glaube ich. Ah, nee. Hier, ich glaube, hier, das ist alles. Was ist das denn, ey? LEDs? Oh, Wunderkerzen? Ja, nehmen wir mit, ey. Kaufen wir die auch noch. Das Z nehmen wir auch noch mal mit. Ja, nimm noch mal ein paar mit hier. Warte, ich glaube, die XXL-Größe sind noch größer. Oh, hier, Bienen, nimm die auch noch mit. Mit Vokan nehmen wir auch noch mit. So, was haben wir noch? Hier, Topsy, halt mal. Genau, Topsy, halt mal. Ey, Leute, das ist richtig fett hier, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Knaller kauft. So, Leontien, was nehmen wir noch? Boah, ich weiß nicht. Stopp. Welches von den beiden sollen wir nehmen? Dieses. Ja, okay, nehmen wir das, packen wir das weg. Ja, ja, nehmen wir. So, dann würde ich sagen, wollen wir zur Kasse gehen? Ja. Okay, Leute, let's go. Wir gehen jetzt erst mal zur Kasse und kaufen jetzt erst mal den Kram. So, Leute. Let's go. 31 Euro. Leontien bezahlt. Warte, muss warten. So. Ist passiert. So, Leute, jetzt wird bezahlt. Oh, ey. Zum Glück muss ich das nicht zahlen. Zum Glück geht das auf seinen Nacken hier alles. Wäre sonst alles viel zu teuer. So, nimm deinen Kassenbaum und komm. Ey, du hast ja richtig viel. Hier, hier. Hast du schon wieder über 30 Euro ausgegeben hier im Laden, ey. Hast ja über 30 Euro gerade bezahlt, ne? Komm, Topsy, schneller. Komm. Super Topsy, renn. Ey, Leute, schaut mal. Wir fahren jetzt gerade zum nächsten Geschäft. Alter, schau mal. Was ist denn da los, ey? Alles voller Trecker. Crazy, ey. Was hier los ist. Let's go. Let's go, Leute. Wir sind jetzt gleich beim nächsten Geschäft. So, Leute. Jetzt sind wir hier bei Norma. Keine Ahnung, was das für ein Geschäft ist. Ich weiß noch nie. Keine Ahnung, wo wir sind. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es hier irgendwo kennt. Aber man sieht jetzt schon ein paar Prospekte. Ja? Keine Knaller. So, lass mal reingehen und gucken, ob die noch was haben hier. Nein, ey. Wenn die jetzt keine haben, sind wir alles umsonst gefahren. Boah, es sieht ganz, ganz schlecht aus hier. Leute, wir gucken mal, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Das ist alles, was die hier haben. Ne, das sind gar keine Knaller. Digga. Ey, Mann. Ja, Leute. Wenn wir euch sagen, gehen wir zum nächsten Geschäft. Gucken wir weiter. Ey, wir fahren zu so vielen. Einfach keine Knaller. So, Leute. Jetzt sind wir hier bei Netto. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal hier gucken, ob die welche haben. Ich hoffe auf jeden Fall. Neontien, hast du Bock? Ja. Okay, let's go. So, Leute. Schaut mal. Die haben hier so Raketen, so einzelne. Nimm mal zwei Stück mit, ne? Ey, wir müssen gucken, ob die hier noch mehr haben. Ey, wir kochen wirklich alle Reste auch, sag ich euch. Ey, Leute. Ich glaube, das ist ein Getränkeladen hier irgendwie oder so. Haben die noch mehr hier? Ne, die haben nichts mehr. Lass aber nur die kaufen, oder? Zeig mal. Oha, die sind ja schon durchgebrochen. Ist noch eine nicht durchgebrochen? Ja. Dann nimm die auch noch mit, ne? So, dann nehmen wir davon auch noch zwei Raketen mit. So, mehr haben die ja leider nicht, Leute. Let's go, würde ich sagen. Kaufen wir das jetzt. Dann gucken wir gleich mal weiter. So, Leute. Hier kann sich zwei Raketen am Stauben. Ich hoffe, die sind echt gut. Genau, die testen wir auch noch nach. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Geschäft. So, Leute. Wir sind jetzt bei Aldi und ich kaufe jetzt den ganzen Laden leer. Alle Raketen, ey. Let's go, Leute. Alle Knaller. Genau, jetzt gehen wir da erstmal rein und kommen erstmal alles leer hier. Ups, sorry. Da hast du ja über den Haufen gelaufen hier. Oh, guck mal hier. Da haben wir schon so ein Set. Der ist schon sehr nice aus. Komm. Aber ich glaub, sagt der, ich glaub, die haben den Haufen. Hallo. Genau. Wir wissen jetzt, dass du darfst. Ne, und die sind nicht so laut hier. Komm, wir gucken jetzt erstmal hier. Ey, ich sag euch ehrlich. Wir fahren so viel Auto. Guckt euch mal meine Augen an. Die sind so rot. Ich bin schon 500 Kilometer jetzt gefahren. Zeig mal in wie vielen Läden die schon waren. Genau. Schreibt mal in die Kommentare, wie viel Geld ihr für Knaller ausgegeben habt. Und abonniert jetzt mal all diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt mal alle Hashtag abonniert in die Kommentare, Leute. Ey, Leute, guckt euch das mal hier an. Hier ist auch schon wieder alles leer, ey. Kannst du den nicht ausmalen? Was ist das denn? Das ist alles, oder wie? Oh, ist echt nur Müll hier haben die, ey. Digga, was ist denn los mit denen? Ey, schau mal, das ist cool. Ja? Was ist denn das? Ja, wollen wir die mitnehmen? Ja, cool. Ja, komm, wir nehmen die auch noch mit. Komm, let's go. Nehmen wir das mal mit und lass mal weiter. So, Leontina, test das Ding mal. Hä? Na, was ist das denn für ein Ding hier? Das funktioniert ja gar nicht. Vielleicht hab ich's doch da reingemacht. Zeig mal, gib mal her. Na, irgendwie, warum kniet das denn nicht? Oh, Alter! Schieß mal! Boah! Geisteskrank das Ding, ey. Ganz Auto voller Konfetti. Leute, es ist was ganz Schlimmes passiert. Wegen den Knallern ist einfach mein ganzes Haus umgedreht worden. Oh mein Gott, Leute. Schaut mal selber. Junge, was ist denn da mit Leontina in seiner Wohnung passiert? Digga, es ist einfach komplett über Kopf. Schaut selber. Es ist komplett über Kopf. Digga, geisteskrank. Und auch der Bobbyke da oben. Schaut, was ist denn das da? Oh mein Gott. Ey, und eine Mülltonne auch. Ey, Leontina, ich würd sagen, ey, wir haben jetzt hier genug Knaller gekauft. Lass uns doch jetzt erstmal gemeinsam die alle rausholen, den Leuten alle mal zeigen, ne? So, Leute, würde ich sagen, let's go. Wir ballern gleich erstmal und zeigen sie euch. So, Leute, bevor jetzt hier richtig geballert wird und alles, setzen wir jetzt erstmal richtig KFC weg, ne? Boah, schmeckt's? Zehn von Zehn, ne? So, Leute, wir sehen uns dann gleich. So, Leute, ich bin jetzt in mein Hotel angekommen. Jetzt zeig ich euch erstmal alle meine Böller. Wir waren dann noch bei der Tankstelle, aber da durften wir leider nicht filmen. Und jetzt, ja. Also hier, die Uhr war schon offen. Genau, das ist eine richtig geile Rakete. Wir haben die noch kurz ausgetestet. Genau, hier ab 22 Uhr Feuerwerk ist das. 22, 20 Uhr, ab 18 Uhr. Warte, warte, hier ist noch. Oh ja, richtig geil. Schau mal, die kannst du? Kannst du die? So, Leute, ihr seht auf jeden Fall. Ich hab hier auch so ne Batterie. Genau, richtig fette Batterie. Die stecken wir gleich auch noch an. Ich hab mal so ne Ghost-Ding. Ja, die sind auch richtig fett. Was haben wir noch hier? Die sind auch richtig geil. Schau mal, die auch. Lass mal schauen. So, das sind Böller. Ne, das sind so Römisch-Slicht. Sollen wir die mal testen? Ja. Ja, okay, komm, machen wir jetzt mal direkt. So, Leute, wir testen die jetzt. Die muss man so in der Hand halten und schießt man damit. Richtig geil. Ja. Ja, zeig mal, was du hier noch alles hast. Die hast ja auch noch zwei Typen, ne? Ey, Geisteskrank. Oh, das ist so Knallfrösche und so. Mach mal den. Und? Zieh mal. Boah, Alter. Geisteskrank, ey. Junge. Da muss ich alles drinnen machen, Leute. Oh. So Böller. Richtig fett auf jeden Fall. Die haben wir ja schon gesehen, weil ich sage, die gehen wir jetzt mal raus, Leute. Let's go. So, Leute, let's go. Wir machen das Ding jetzt nicht fertig. Ja? Schauen wir selber. Wow. Boah. Boah. Wow. Junge. Boah. Oh mein Gott. Alter. Warte, lass mich noch. Fleisch kommt einfach. Team, das war. Ey, 10 von 10, das Ding. Richtig geil, Leute. Wir sagen, wir gucken mal weiter. So, Leo und Team, du hast ja gerade gesehen, das Ding war ja richtig krass. Ja, ja. Und du hast ja noch so richtig krasse Wunderkerzen. Leute, schaut mal, wie groß die einfach sind. Der Engel sind ab 6 Jahre, die darf ja schon. Die sind halb so groß wie du. Werde ich mal da hinkommen, wir machen das mal auf den Balkon hier, ne? Alter, jetzt, jetzt. Da passiert nur nix. Genau. Und? Halt mal still. Wow, Leute. Alter. Alter, Leo und Team sind gerade die größte Wunderkerze der Welt, ey. Die sind ja richtig fett. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Ich muss sagen, sehr nice. So, Leute. Wir testen jetzt erstmal hier die ersten Raketen. Ja. Aber übrigens, wir sind hier in Polen, ne? Im Ausland. Ganz wichtig, dass wir hier nicht irgendwelche Leute gar nicht viel Ärger bekommen würden. Aber ich würde sagen, wir testen die erstmal auf eine andere Art. Und weil sie richtig liegen. Ganz wichtig, wir gucken mal, wie die fahren kann. So. Und? Wow. Ja. Alter. Richtig geil, Leute. Ich muss mal zum nächsten kommen. So, Leute, jetzt testen wir mal die Batterie hier. Ich bin mal gespannt, wie sie ist. Hier, Leonty. Was ist dein? Ist richtig geil. So, let's go, Leute. Ich bin mal gespannt, wie die abgeht. So, Leute. Boah, Alter. Richtig geil, das Ding, Leute. 10 von 10. Schreibt mal in die Kommentare, wie die findet. Wow. Krass, ey. Die ist auch richtig geil. Wie viel Geld wert, lange ich euch. So, Leute. Noch mal eine Rakuten hier. Ein Abschluss hier. Alter. Wie war ich nicht fett, ne? Alter. So. Seid ihr ready? Es geht los. So, Leute. Let's go. Geh weg. Und. Boah. So, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst die Pferden auch noch oben da kostenlos abo. Schreibt mir in die Kommentare, holt ihr Feuerwerk ja oder nein. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.